Wir wissen, wir treten derzeit an der Stelle und deswegen braucht es hier nationale Maßnahmen, braucht es hier Maßnahmen, die gemeinsam umgesetzt werden mit den Balkanstaaten. Deswegen auch heute hier die Konferenz. Es ist wichtig und notwendig, die Migrationsströme entlang des Balkans zu stoppen. Wir haben erst vor drei Wochen eine Konferenz in Amsterdam gehabt, der EU-Außenminister, gemeinsam mit den Westbalkanstaaten. Wir hatten dort eine eigene Sitzung der Staaten entlang der Route, inklusive der Griechen. Aber ich habe bei dieser Sitzung wieder einmal erleben müssen, dass es von griechischer Seite keine Bereitschaft gibt, den Zustrom zu reduzieren, sondern dass von griechischer Seite ausschließlich das Interesse da ist, dass die Flüchtlinge möglichst schnell, so wie bisher, nach Mitteleuropa weitertransportiert werden. Uns überfordert das, daher können wir diese Politik so auch nicht weiter unterstützen. Die Redaktion, die gerade in stierenden Zeiten, ist eine derartige Kollegen, was ist unser Ziel, wir brauchen... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.